Und er geht jetzt an den Start, der C300-Dipital-Lohnaus-Politik, Nils Dacher! Ich vermute, der Kolben ist abgerissen. Sonst wäre das Pläuel schwarz jetzt schon, das ist aber nicht schwarz, nicht heiß geworden. Wo ich das jetzt so sehe, ich meine, ich habe ja schon mal zwei so über 90 Grad umgewogen sind. Sonst hätte Pläuel-Zapf jetzt schwarz, wenn der heiß geworden wäre. Aber vielleicht geschieht heute Nacht ein Wunder. Ist drauf dran. Jetzt, hast du denn diese Haare aus? Ja. Hast du denn diese Haare aus, weg? Wo ist es denn? Da fehlt ein bisschen nach dieser Haare aus. Ja, das wird gleich vorbei. Ja, das ist gut.